Und lord you down, I know I might be ahead if I tear drops. Now that I was down and down, how long came you. Though you might be alive and I'll treat you too. I just can't quicken back cause I love you. Yes I do. I can't let you go, baby. Herzlich willkommen zum Halo Breakfast Club. Auch herzlich willkommen von mir nochmal. Was für eine coole Aktion. Ich möchte heute auf jeden Fall zu meinem Herzensthema sprechen. Mentale Gesundheit. Wir sind einfach richtig gute Leute. Also es hat großen Spaß gemacht. Wir sind einfach okay. Musik Untertitelung des ZDF, 2020